Wie ich schon mal gesagt habe, wäre das auf jeden Fall ein großes Ziel von mir, auch eine sehr große Ehre, da mitzuspielen. Aber ich glaube, man wird sich zeigen, ob man da eingeladen wird und ob man die Chance kriegt. Aber am wichtigsten für die Spieler ist es, in ihrem Verein gut zu spielen und am Schluss wird der Trainer entscheiden, ob du mitkommst oder nicht. Ziele habe ich mir jetzt noch nicht gesetzt. Ich versuche einfach da anzuknüpfen, wo ich die Saison davor auch war. Ich fand, gestern war ein sehr solides Spiel von mir und da will ich natürlich weitermachen. Jetzt gegen Chelsea natürlich auch mal wieder den Fokus draufsetzen, die Sachen, die im letzten Spiel nicht so gut waren, besser zu machen. In der Saison einfach Gas geben und dann erstmal der Fokus ist, die Mannschaftsziele zu erreichen. Die Stimmung hat sich jetzt nicht geändert, glaube ich. Ich glaube, für viele ist es jetzt immer noch, dass es ein bisschen schwierig ist, dass Marco jetzt, sage ich mal, nicht mal offiziell der Käpt'n ist. Aber ich glaube, für mich persönlich, glaube ich, bleibt er immer der Käpt'n der Mannschaft, weil er auch schon so viele Jahre für den Verein gespielt hat. Aber wir sind natürlich auch glücklich, dass er sich da bereit fühlt. Und wir vertrauen ihm auch 100 Prozent, weil wir wissen, dass er ein Leader ist und uns auf jeden Fall helfen kann.